Moin zusammen, Marini hier und willkommen zum neuen Infovideo hier auf unserem Kanal. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen im heutigen Infovideo von Flatsen, dass wir ein neues Kanal Mitglied haben. Es ist mein Proklub mit Spieler Tomate. Und ja, wir werden zusammen ein neues Projekt beginnen. Und zwar habe ich hier einen kompletten neuen leeren Account erstellt auf schnelle Welle. Also ihr seht, das ist ein absolutes Starter Team, komplett frischer Account. Und der wird von uns beiden zusammen hochgelevelt werden. Weil jetzt steht ja auch bald die Team of the Season Zeit an. Und da haben wir gedacht, machen wir so ein kleines neues Road to Glory Projekt. Wie gesagt, es wird ein Koop Projekt sein. Entweder spielt Tomate oder ich werde mit dem Account spielen. Je nachdem, wer halt Zeit hat. Da man das mit zwei Leuten dann macht, hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten dann live streamen. Obwohl ich sagen muss, ich werde am Anfang eventuell nicht so aktiv sein auf dem Kanal, weil ich mich einfach jetzt um meine Hummels und die Welt Serie kümmern möchte, die ja jetzt demnächst startet. Also wir stehen unmittelbar davor. Klar werde ich ein, zwei Mal live sein. Kein Thema. Aber Tomate wird sich jetzt erst mal mehr um diesen Account kümmern und um dieses neue Projekt. Das ist so ein kleines Testprojekt. Ob das auch wirklich gut ankommt bei euch, auch wirklich funktioniert bei uns so ein bisschen. Ob alles passt von allen Seiten her. Weil ich spätestens zu FC 25 mit Food noch kürzer treten möchte. Und dann wäre so ein Koop Account natürlich eine richtig geile Sache. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache jetzt schnell das Infovideo für euch, dass ihr Bescheid wisst. Ich muss jetzt noch den Account mit YouTube verbinden und so weiter und so fort. Und habe gedacht, bevor Tomate jetzt noch irgendwelche Erklärungsvideos machen muss am Anfang, mache ich das schnell, weil ich ja eh jetzt drin bin, weil ich ihn erstellen habe müssen. Und dann wisst ihr Bescheid. Und Tomate kann dann direkt loslegen. Er wird auf jeden Fall, wie Vlazen schon gesagt hat, er wird Rivals spielen. Food Champions will er sich qualifizieren. Aber er muss jetzt erstmal natürlich ein Team aufbauen, Starterteam. Und dann sich erstmal mit den Rivals punkten, die die Vegan League Qualifikation verdienen. Und die dann erstmal bestehen. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Er wird natürlich Packs machen, SBCs. Und nebenbei werden wir natürlich auch weiterhin Pro-Club spielen zu zweit. Also ihr kriegt jetzt die volle Ladung ab zwischen mir und Tomate. Entweder Pro-Club oder hier dieses Road to Glory Food Projekt. Ausgeschlossen ist es auch nicht, dass wir Koop spielen. Zum Beispiel Revivals. Es fällt auch mal ganz lustig, dann zu sehen, wie das dann funktioniert. Wir werden Packs öffnen auf dem Account. Alles, was das Foodherz begeht. Außer FC Points. Die werden wir nicht aufladen. Das soll auch nochmal klar gesagt sein. Und dann solltet ihr jetzt eigentlich erstmal Bescheid wissen, wann Tomate dann genau anfängt. Wird man sehen. Mit ganz viel Glück für euch. Je nachdem, wie schnell das alles auch funktioniert. Mit dem Kanal verbinden, weil ich auch die Bestätigung von Platz und seinem Handy brauche und so weiter, ist es ein bisschen immer schwierig. Aber mit viel Glück, sofern alles funktioniert, vielleicht sogar schon heute Abend bzw. heute Nacht oder schon morgen. Auf jeden Fall ist es sicher, dass es dieses Wochenende schon losgeht. Und somit ist jetzt alles gesagt. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem neuen Projekt. Und falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare unten rein. Und dann bin ich soweit durch. Ihr wisst Bescheid. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.